Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch, wieder mal mit meinem Broski, M-M-M-Maxim! Yo, Servus Leute, alles klar bei euch? Genau, erster Part gepostet, wir haben ja gesagt, Road to... Was haben wir gesagt? Road to 100 Parts Road to 100 Parts Let's go! Auf entspannt einfach ein paar Punkte farmen, die glaube ich sieht auch... 12-3 haben wir... Let's go, yo, let's go! Let's go, so! Mal gucken, wie die Runde jetzt wird, jetzt auf jeden Fall stärkere Gegner Fun Fact, ich hab noch nie mit König Buhu gesorgt Voll versteckt Oh, ich würde gerne hier auf 200 den Shortcut nehmen, nach links, ne? Hm? Aber seitdem Map nie auf 200 gekommen Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir 200 mal zocken Oh! Wollen zwar nicht fahren Nein, Digga, ich auch! Alter! Hat den Shortcut verkackt Same shit, yo! Wie viel der Platz bist du grad? Achter! Neunter! Ah, da sehe ich dich! Was, Digga! Ein Pilz! Drei Leute vor mir, niemand geht auf die Doublebox Okay, beschwere ich mich nicht! Alter, der Drei Rote vor mir, komm, balle mal weg! Gerade hab die leider nicht geklaut, hab nur nen Pilz bekommen! Aber damit beklage ich mich eigentlich auch nicht, geht fit! Zählt Buhu eigentlich zu den schweren Charakteren? Ja! Ich merk's im Handling Und ich bin voll gewichst Der Erste hat schon nen guten Vorsprung jetzt Oh mein Gott! Ich will den Shortcut nehmen und in der Sekunde klaut mir der Buhu den Pilz Zehnter Boah, abfuckt, Bro! Fühl ich! Fühl ich wirklich! Der wurde in der Luft erst mal richtig fett runtergeschossen! Dann klaut mir jemand die Box! Naja, es gibt noch ne Runde! Rollen! Okay, jetzt bin ich komm, der Letzte war Elfter! Was?! Der Zwölfte fickt mich mit nem Bullet! Der ist auch grad an mir vorbei, Bro! Mal gucken, was für ein Item ich jetzt wirklich habe! Ja, komm! Ein Blitz werlitt! Komm! Ich so! Stern! Wie weit hinten bin ich bitte? Beine für den Blauen! Komm! Schicksalsschlag noch! Solange ich den Stern hab! Hab keinen Blitz leider! Oh, der fickt mich! Pfff! 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 Oh mein Gott! Hier sind alle Digger! Ja! Let's go! I'll take it, yo! I'll take it! I'm not gonna lie, I'll take it! Plus 3! Pfff! 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 Plus 3 ist schon kacke! Und minus 16 auch! Ja! Ja! Erste Runde! Ja, Bro! Mal gucken wie die nächsten Runden werden! Ja, ich könnte auch der letzte sein! No cap! No cap! Hm, ich versteh die Leute nicht die Bows als Festung wählen! Äh, zufällig! Die Location und halt wie die so, sag ich mal, ist! Ja! Sieht eigentlich gar nicht mal so kacke aus! Ja, das stimmt! Aber das gefällt mir auch nicht, muss ich sagen! Ja, auch nicht, Digga! Weil ich immer von diesem, entweder von dieser Stachelkugel gebumst werde, oder von diesem Feuerreifen! Wehe! 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 Pfff! Ja, besser als Bows als Castle! Von! Stell dir mal vor, das wäre jetzt Grusel-Wusel-Villa! Hätte ich... German heißt ja! German! Äh, hätte ich die Aufnahme sofort beendet, Digga! Let's go! Boom! Boah, fast abgewürgt! Boah, ich werde direkt durchgereicht! Weiß, Bro! Hatte drei Banane! Wurde das Ding... Ah, passt schon! Bin dann aber auch runtergefallen! Weil mich jemand runtergerammt hat! Als König-Buhu, Bro, wurde ich runtergerammt! Logisch! Oh, fuck! Ich hab grad, bevor ich das Item bekommen hab, hab ich die rote nach hinten geballert! Hab schön einen Hops genommen! Komm! Pils! 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 Boah, ey, die machen grad richtig krass Auge! Das war mir so klar, Digga! Das war mir so klar, dass das passiert! Das war mir so klar! Und... Oh mein Gott, Digga! Die Bananen! Oh mein Gott, ich verpack das Driften! So heftig! Und dann fickt mich einfach die rote, die fährt einfach an dem hinter mir vorbei! Seh gar nichts! Ich auch nicht, Digga! Ich guck nach hinten, damit ich mehr seh! Hab ich auch gemacht! Jetzt kommt wieder der Bullet, Bro! Jeder kriegt Bullet, außer ich! Eine rote auf dem siebten! Alter, hat er dem jetzt den Rotenze grad gefickt! Und jetzt hat er dann noch drei Pils auf dem... Bamm! Alter, verpiss dich vor mir! Remi! Zisch ab! Bamm! Sack! Ah, Remi! Gefickt! Weg mit dir! Ick so! Oh! Geh mal weg, du Baste! Bist du grad? Zweiter! War nicht schlecht! Oh mein Gott, Digga! Ich bin grad durchs Item durch! Oh mein Gott, Alter! Ich hatte voll Glück, Bro! Ich hab meinen Wumarang nach hinten geschossen! Und dann hab ich ihn aber noch gehabt, weil... Dann hab ich ihn dann nach dem Blitz noch gehabt! Eine von Blauen, die fickt mich auch! Oh... Bitte, kann ich jetzt mal gut platziert werden? Ist das unmöglich? Oh, okay! Items gehen fit! Blitz war schon! Die Bombe! Ja! Von dem Bastard! Komm! Bamm! Ich hab ihn doch geholt, glaub ich! Konntest du ihn vielleicht noch überholen? Anstrengendes Game! Anstrengendes Game! Aber echt, Bro! Hast du gesehen, wie viele Punkte ich kriegt hab? Ähm... Ne! Schade! Ich hab grad nicht drauf geachtet! Verständlich! Absolut verständlich! Machen wir... Was machen wir? Donut Ebene? Komm, Alter! Die anderen Maps sind absoluter Bullshit! Null Uhr! Weiß nicht! Donut Ebene haben wir grad vorhin schon gezockt! Das stimmt natürlich! No Kisi! Wechsel mal den Charakter! Vielleicht klappt's dann besser! Spiel mal mit dunkelblauer Yoshi! Bro! Wie viele Punkte werden wir bei Part 100 haben? Uh! Uh! Gute Frage! Boah! 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 Kannst mir gar nicht vorstellen! Leute! Schreibt mal in die Kommentare! Ich glaube! Ich glaube! Ich hab zwischen 20 und 30k! Uh! Boah! Ist echt schwer! Hm! Ich denk mal! Ja! So! Anfang von 20.000 Punkten können glaube ich hinkommen! Ja Bro! Also wenn wir die 20k erreichen dann ist krass! Ist so! Guck mal deine Zahlen! 1, 2, 3, 4, 1! 1, 2, 3, 4, 5! Schön wärs! Aber am besten machst du jetzt der erste und dann hast du gleich nochmal zu viel! Ja komm! Auf gehts! Halt echt jetzt schon wieder Donut Ebene! Heute schon zum fünften Mal gezockt! Ach! Aber erstmal Smuggly Smuggle! Also bei Mario Kart Tour auf dem Handy da gibt es ja grad aktuell die Donut Ebene 2 zum Spielen! Voll lame Bro! Skis! Schon! Also! Natürlich kein Vergleich jetzt zu dem Mario hier! Das kann man echt nicht vergleichen! Bro! Meine 3 Pilze wurde mir erstmal geklaut! So dass ich den Shortcut nicht nehmen kann! Und btw auch keine andere Items Box bekommen habe! Natürlich schaut er mit meine 3 Pilze in der ersten Runde! Okay wie viel Pech kann man eigentlich haben! Wieder! Let's go! Er nass mich mit seinem Scheiß Boomerang! Wir beide jetzt grad ziemlich ruhig weil wir uns konzentrieren! Bro! Mein Boomerang ist einfach schon wieder weg! Ich hatte ihn! Er ist einfach weg! Und jetzt fickt er! Oh mein Gott jetzt fickt er! Jetzt hat er einen Stern und fickt mich weil er einen Pilz hat noch! Du dummer Bastard! Stern! Komm! Schicksalsschlag man! Oh meine Pilze wurden schon wieder geklaut! Lächerlich! Pfff! Pfff! Das ist echt mühsam! Aber jetzt hab ich mal einen guten... Leute! Was soll man sagen! Mario Kart ist einfach ein Non-Based Skill Game! Non-Based Skill Game! Non-Skilled-Based Game! I don't know guys! Was soll ich denn dazu noch sagen! Also wirklich! By the way! Ihr müsst wissen! Wenn jemand vom Geist die Items geklaut bekommt! Dann nicht! Bro! Dritte Map! Vierte Map! Wie siehst du denn gerade aus? Das ist jetzt die dritte die wir jetzt zocken! Sicher? Ja! Erste Map war... Sanctuary! Genau! Und das war jetzt Donut-Event! Alter wie lächerlich war das Alter! Ich hätte halt... Oh mein Gott! Ich hatte drei Pilze! Oh mein Gott! Ja! Das ist ja, Alter! Richtig lächerlich! Am Anfang war Sonnenflughafen! Stimmt! Ja! Unser Gedächtnis! Alter! Okay! Letztes Rennen! Mal gucken wie das aussieht! Wahrscheinlich wieder genauso kacke! Okay! Was ist denn da gerade reingejoint? Aber da brauche ich noch nicht so einen krassen Saug im Hintergrund! It's a free bear honey for show! It's a free bear honey for show! Komm! Königliche Rennpiste hab jetzt echt Bock auf die Map! Muss ich sagen! Da kann man die Turns richtig geil nehmen! Und 200 bitte! Komm! Oh man, Alter! Bin mal gespannt, wenn wir in der Aufnahme das erste Mal 200 zocken! Wieso? Diese Saves! Der hat aber auch gerade zum Jesus gemi- Let's go! Ey guck mal, da ist ein Pott auf dem See in so einer Ente drin! Sieht voll süß aus! Weiß nicht, ob du das siehst! Mmmh... Ja! Serious! Alter, kotzt mich das gerade an! Nimmst du die Rampe mit? Ja, hab eh'n Piss! Oh! Ich bin daneben gesprungen! Hab's gesehen! Der von mir hat ne Bombe, Digga! Und wefst ihn nach vorne, okay! Und... Boah, Digga! Boah, das war echt knapp grad! Die hat glaub ich die rote, ist wahrscheinlich die hinter mir, ja! Ja, ich hatte die rote! Ich hab den... Also der, wo hinter dir war, hab ich schon mal! Bin hinter dir! Okay, wie wurde ich jetzt gefickt? Okay, das war grad echt komisch! Einen für den Blauen? Das war legit! Wie wurde ich grad gefickt? Beine Ahnung, bei mir sah das voll komisch aus! Da hattest du irgendwie Bananen, aber auch ne Grüne irgendwie! Das war ein bisschen... Hatte Pumaragen und Bananen, Digga! Und trotzdem wurde ich gefickt! Einen Coin? Ich auch, auf dem zweiten! Von zweiter auf neunter! Boah, Digga! Wie soll ich jetzt hier zwei Itemboxen bekommen? Zwölfter? Nice! Komm! Gute Items für dich! Ein Bullet und ein Stern am besten! Ne Grüne auf dem fünften? Das ist schon gut! I'll take it! Ja, aber die... Turns sind nämlich grad richtig gut, muss ich sagen! Don't throw that shit behind you, fam! Bro, Rats! Ist so, Bro! Hinter mir ist der Remi! Hab Schiss! Was? Oh, jetzt kriegen die alle hinter mir Items! Oh mein Gott! Wie unlucky! Oh, ich seh's! Komm! Jungs! War mal wieder unfair! Das war auch schon der Part! Was soll ich dazu sagen? Ich hab nochmal den ersten gemacht! Nochmal kurz die Punkte ausgeglichen, die ich am Anfang verloren hab! Stabil, Bro! Freut mich auf jeden Fall für dich! Leute! Ich würd sagen, bis zum nächsten Part! Diesmal wird's Part 3! Haut rein! Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal. Ich吧! Go! Tja Ever russurk!